Hallo, wir sind gerade im Bayerischen Wald unterwegs und befinden uns hier gerade am Waldrand neben einer wunderschönen Orchidee, nämlich der breitblättrigen Ständelwurz. Und jetzt werden wir mal in den Wald reingehen und noch so schauen, was da so los ist. Also dann kommt mit. Der im letzten Video gesuchte Pilz ist der Samtfuß-Holzkrempling und der wächst hier ganz typisch, wie es sich für ihn gehört, an so einem alten Nadelholzbaumstumpf. Das ist ganz typisch. Ja, das ist ein Pilz. Den finden wir auch in trockenen Jahren im Sommer. Der ist sehr zuverlässig, was das angeht. Er ist jung, theoretisch essbar, ist aber dann im Alter auch sehr schnell bitter und gar nicht so gut. Also es ist ein Pilz, der wohl eher in Kriegszeiten gegessen worden ist oder wird, so in Notzeiten, damit man nicht verhungert. Weil da gibt es echt viele von denen. Die findet man sehr häufig und so wie hier, hier wachsen auch viele Fruchtkörper. Also da hat man schnell eine Mahlzeit zusammen. Das Problem ist halt, er schmeckt nicht. Was wohl ganz gut schmecken soll, ist es daraus veganen Wurstsalat zu machen. Wir haben es aber noch nie probiert. Wir werden es auch heute nicht probieren. Aber ihr könnt uns ja mal schreiben, falls ihr das schon mal gemacht habt, ob es euch gemundet hat oder nicht. Also vielleicht probieren wir es ja dann demnächst mal aus. Ja, ansonsten eignet sich dieser Pilz auch zum Färben von Wolle und sowas. Man kriegt da wie so eine Art lila Ton raus, was ganz interessant ist. Und ja, sonst ist er auch einfach ganz schick. Er sorgt dafür, dass hier so das alte Holz verdaut wird und wieder in den Kreislauf des Waldes alles zurückgeht, was hier so dran ist an wichtigen Stoffen. Und wie sieht er aus? Ja, recht braun. Wir haben einen braunen Hut, der sich so ein bisschen filzig, samtig anfühlt. Der Hut ist auch so richtig eingerollt. Auf der Unterseite sieht man das. Und dann haben wir da Lamellen. Die sind eher so hellbraun, sandig, ockerig irgendwie, herablaufend am Stiel. Und der Stiel ist dann eigentlich schon wieder fast das gleiche wie der Hut. Auch wieder so braun, samtig, filzig, irgendwie sowas in der Art. Also ein Pilz, den man sehr häufig an morschen Nadelholzstümpfen finden kann, der Samtfußholzkrempeling. Im Wald, da gibt es nicht nur allerlei Superfoods wie Blaubeeren und gesunde Pilze, sondern da wachsen auch mal Mordwaffen. Und hier haben wir jetzt auch mal eine gefunden, praktischerweise direkt am Wegesrand. Da mussten wir gar nicht lange suchen. Hier haben wir jetzt den spitzgebuckelten Raukkopf. Definitiv einer der giftigsten Pilze, die man hier so in Mitteleuropa finden kann. Er kommt ja erstmal ganz hübsch daher eigentlich. Wir haben Pilze, die in der Tendenz eben so ein bisschen so einen glockigen Hut durchaus haben und oft so spitzgebuckelt sind. Bei dem hier sehen wir das noch sehr gut. Das sieht hier fast aus wie so eine Zipfelmütze so ein bisschen noch irgendwie. Und die Hutoberfläche ist so fein filzig, hat wunderschöne Farben eigentlich. So ein rotbraun, rostbraun, so fuchsig irgendwie alles. Ja, tolle Farbtöne, definitiv. Auf der Unterseite sehen wir es dann. Der Hutrand ist oft auch so ein bisschen eingerollt und dann haben wir eben Lamellen, die recht weit auseinander stehen im Vergleich zu anderen Pilzen und die dann so ausgebuchtet angewachsen sind. Dann sehen wir auch teilweise bei jüngeren Pilzen vor allen Dingen am Hutrand diese Reste noch von der Cortina. Das heißt also, das sind wie so dünne Spinnenfäden, die da sozusagen den Hutrand und den Stiel verbinden. Die sehen wir bei den jüngeren Exemplaren noch. Bei den älteren sind sie dann oft nicht mehr so gut zu sehen. Dann haben wir auch einen richtig schönen Stiel. Der ist auch in den gleichen Farbtönen gehalten. Der ganze Pilz hat eben so diese rotbraun, rostbraunen Töne irgendwie. Und der ist auch so ein bisschen wie so genattert. Und da haben wir eben auch oft so noch Velum-Reste, die so ein bisschen wie so gelbe Gürtel aussehen. Dann haben wir noch einen Duft so ein bisschen nach Rettich so leicht. Der Pilz ist eben die perfekte Mordwaffe. Warum ist das so? Er hat ein Gift, das heißt Orelanin und das hemmt zum Beispiel die Synthese von DNA und RNA und macht all solche Sachen, treibt allerlei Unfug im Körper. Das Ding daran ist, das wirkt erst teilweise nach 14 Tagen. Kann aber auch schon nach drei Tagen wirken. Das kommt dann ganz darauf an. Aber in Extremfällen kann es halt auch mal 14 Tage dauern, bis die Giftwirkung erst so richtig einsetzt. Und da hat man natürlich dann oft schon vergessen, dass man jemals mal irgendwie sowas gegessen hat. Also es macht den Pilz natürlich auch sehr gefährlich, wenn man sich damit vergiftet und dann irgendwann nach 14 Tagen plötzlich Nierenversagen hat und dann gar nicht mehr weiß, wo das plötzlich herkommt. Sehr giftiger Pilz, sehr gefährlich. Eben auch viel weniger bekannt natürlich als zum Beispiel so der grüne Knollenblätterpilz, der ja auch sehr gefährlich ist. Der Standort ist in dem Fall jetzt hier ja ein recht naturnaher Fichtenwald in dem Fall. Wir sind jetzt hier auf ungefähr 1000 Meter und es könnte hier schon sein, dass es tatsächlich jetzt hier ein Fichtenwald ist, der sozusagen hier auch von alleine wächst und hier nicht angepflanzt worden ist, weil erst ab 1000 Meter in Deutschland Fichten normalerweise erst überhaupt wachsen würden. Und das ist definitiv ein Ort, den er mag. Der Wald ist sehr feucht hier. Hier ist wirklich extrem viel Moos und er ist auch ziemlich sauer. Hier ist alles voller Blaubeeren und da fühlt er sich sozusagen wohl in dem Moos. Da wächst dieser Pilz hier ganz gerne. Wie gesagt, man muss sehr aufpassen, dass man den nicht verwechselt. Also wenn man was anderes sammeln will, beispielsweise wurden auch schon diese Pilze hier gesammelt in dem Glauben, das sind spitzkegelige Kahlköpfe. Also auch da nicht nur beim Speisepilze sammeln, sondern auch beim Zauberpilze sammeln ist da auf jeden Fall eine Gefahr. Da gab es tatsächlich eben auch schon Vergiftungsfälle. Interessanterweise ist es auch alles noch gar nicht so lange her, dass man überhaupt auf dieses Gift aufmerksam geworden ist. Also da gab es in den 50er Jahren in Polen sozusagen mal so eine Epidemie, wo ganz viele Leute plötzlich Vergiftungen hatten und die haben sich alle mit diesem Gift vergiftet, weil sie eben Pilze gegessen haben, die das enthalten haben. Und dass der das jetzt hier konkret enthält, hat man glaube sogar erst in den 70er Jahren herausgefunden. Also ist noch gar nicht so lange her, dass man weiß, dass das hier ein tödlich giftiger Pilz ist. Unweit der spitzgebuckelten Raugköpfe haben wir jetzt was anderes mit einem kleinen spitzen Buckel gefunden. Allerdings ist das hier was, was nicht tödlich ist, sondern eine Delikatesse, nämlich der Schwarzkopfmilchling. Der mag auch ähnliche Standorte, vor allen Dingen die Fichten mag er gerne. Aber auch der ist natürlich ein ganz typischer Pilz, der vor allen Dingen eben in den Bergen eher wächst, auf einigen Metern Höhe. Ja, das ist ja so, dass die Fichten zum Beispiel, die jetzt im Flachland angepflanzt werden oder auch eben zu tief im Mittelgebirge, in Tälern und so, da wandert der mit denen nicht unbedingt so runter. Das mag der nicht so gerne, sondern der wächst eher da, wo die Fichten tatsächlich auch von alleine vorkommen würden. Denn da haben wir eben tatsächlich auch insgesamt einfach eine viel größere Artenvielfalt an Pilzen, die mit den Fichten einhergeht. Ein paar Pilze haben die Fichten sozusagen mit runter genommen auf die Plantagen. Sowas wie Fichtensteinpilze, die gibt es auch unten. Aber solche Pilze, die gibt es eigentlich eher nur da oben, wo die Fichten auch recht natürlich wachsen würden. Und ja, wir haben einen schönen Pilz. Der ist, wie gesagt, wir haben so einen kleinen Buckel in der Hutmitte, der auch so ein bisschen runzelig rundherum ist. Der Hut insgesamt kommt so ein bisschen runzelig teilweise daher. Sehr dunkelbraun. Der Hut geht fast schon in Schwarze teilweise. Und dann haben wir richtig schöne weiße Lamellen auf der Unterseite, die eben auch so ein bisschen am Stiel herablaufen, so leicht. Und dann kommt so ein Übergang zum Stiel. Da hören die Lamellen sozusagen auf und da ist die Stielspitze, die ist so richtig faltig an der Stelle, richtig faltig. Also ganz typisch auch. Und dann haben wir den Stiel, der auch so braun ist im oberen Bereich wie der Hut. Und nach unten hin, da wird er dann eben eher so weißlich. Ja, ein hervorragender Speisepilz, den man wie gesagt vor allen Dingen in der Höhe finden kann. Kürzlich haben wir ja schon mal Totentrompeten gefunden und jetzt haben wir hier die Trompeten der Lebenden gefunden, nämlich Trompetenpfifferlinge. Die sind natürlich auch nicht nur vom Namen her eng verwandt mit den Totentrompeten. Sehen aber natürlich ganz anders aus. Der Standort ist jetzt hier eben auch immer noch Bergnadelwald. In dem Fall haben wir jetzt hier Fichten, aber auch schon die ein oder andere Rotbuche, die hier runtergemischt ist. Ja, herrliche Pilze. Die wachsen hier in Massen an der Stelle. Hier gibt es hunderte. Überall wachsen die hier. Also die bilden hier teilweise richtige Teppiche aus. Die meisten sind noch sehr klein. Das ist noch so ein, zwei Zentimeter. Das bleibt natürlich alles noch da. Da kann man ein paar Tage später wiederkommen. Aber hier haben wir jetzt welche, die sind dann eher so fünf Zentimeter oder mehr von der Länge her. Und die sind dann schon richtig schön reif. Die zeichnen sich aus natürlich durch ihren bräunlichen, eher dezenten Hut, aber dann wirklich ein sehr auffällig leuchtend gelber Stiel. Ja, der ist sehr auffällig. Und dann haben wir eben so Leisten, die eben auch am Stiel so ein bisschen herablaufen. Und wenn man dann hier so eine Handvoll gefunden hat und dann eine Nase vernimmt, dann riecht es einfach extrem stark nach Aprikosen. Also es ist wirklich ein ganz tolles Merkmal, was den natürlich auch besonders attraktiv macht zum Sammeln, weil er einfach wunderbar riecht. Und eigentlich ist es ja ein typischer Spätherbstpilz, der teilweise ja auch noch im Dezember zu finden ist. Unter Umständen, wenn es noch nicht zu kalt ist und meist erst so richtig im Oktober loslegt. Aber das tut er vor allem natürlich auch eher so im tieferen Land, in den Höhen jetzt hier. Hier ist ja sozusagen der Herbst schon so ein bisschen vorgezogen in gewisser Weise. Hier ist es ja nicht ganz so warm und hier ist auch sehr feucht. Das heißt, hier ist halt schon für den sozusagen der Herbst ausgebrochen und deswegen ist er jetzt hier auch schon am Start. Der wunderbare Trompetenpfifferlinge. Hier zwischen den Blaubeeren hat Mutter Natur mal wieder ein kleines Beet angelegt. In dem Fall mit lila Lacktrichterlingen. Die wachsen hier in großer, großer Zahl. Hier gibt es wunderschöne Exemplare. Ja, ganz in lila, so wie es sich bei denen gehört. Lila Hut, lila Lamellen und lila Stiel. Und so in dem Zustand sind sie natürlich ganz wunderbar. Sie sehen natürlich auch sehr sehr schön aus im Essen, in Gerichten. Einfach so als dekoratives Element schon. Und schmecken ja auch ganz gut. Allerdings ist es da natürlich auch so ein bisschen so, die können schon auch durchaus recht viel Arsen anreichern. Also die sind da recht talentiert drin in dieser Geschichte. Deswegen sind sie jetzt nicht bei allen so ein beliebter Speisepilz. Also das ist so ein bisschen umstritten und da muss man sich das natürlich dann selber überlegen, ob man die essen möchte oder nicht. Und wenn ja, wie viele davon. Wir verzerren die schon hin und wieder mal und wir machen jetzt keine reinen Gerichte nur aus denen, sondern oft sind es dann einfach so dekorative Mischpilze, die einfach richtig schön aussehen. Und dann passt das auch für uns. Also hier gibt es auf jeden Fall richtig viele und da werden wir ein paar von mitnehmen. Die passen natürlich wunderbar zu den Trompetenzüferlingen, auch optisch so als Kontrast. Die wachsen übrigens auch wieder, aber hier noch in sehr sehr kleiner Größe. Die bleiben hier in dem Fall auf jeden Fall zurück. Aber diese Lackstichterlinge, die nehmen wir mit. Eine typische Pflanze, die wir jetzt in so Nadelwäldern finden können, in ihrer vollen Blüte, ist die Waldengelwurz. Die wächst vor allen Dingen an Wegesrändern, wo ein bisschen mehr Licht hinkommt und ist schon eine ziemlich große Pflanze. Ja, die recht viel Raum auch einnimmt, hat auch recht hohe Stängel und die ist natürlich auch eng verwandt mit der Arzneiengelwurz. Die ist aber noch ein bisschen größer. Und wir haben hier so Blütendolden, das ist eben ein Doldenblütler, die so ein bisschen weißlich bis rosa sind von der Farbe her. Da unterscheidet sie sich auch so ein bisschen von der Arzneiengelwurz wiederum. Und wir haben hier eben so einen schönen Stängel, der eben auch so richtig viele Rot- und Purpurtöne hat und so was. Und auch teilweise wie so ein bisschen bereift aussieht an manchen Stellen. Da muss man natürlich dann auch wieder aufpassen mit dem gefleckten Schierling, der jetzt normalerweise oft nicht mehr blüht eigentlich. Aber wer weiß, Ausnahmen gibt es immer. Und der hat eben auf jeden Fall auch so einen bereiften Stiel, ganz gerne mal. Ja, dann haben wir eben so richtig hier gefiederte Blätter, die so markant auch dann rundherum so gesägt sind. Also ganz typisch. Ja, die Pflanze lässt sich wie auch die Arzneiengelwurz verwenden. Allerdings wird sie nicht so viel verwendet. Die Arzneiengelwurz hat einfach noch ein paar mehr Wirkstoffe. Aber man hat natürlich schon was Schönes, wo man jetzt nach der Blüte zum einen die Samen ernten kann und hat ein tolles leckeres Gewürz. Man kann jetzt auch so langsam schon bei den Pflanzen, die jetzt hier nur so Rosetten auf dem Boden haben, die kann man auch theoretisch ausgraben und die Wurzel nehmen und mit der Wurzel zum Beispiel Essig aromatisieren oder auch so Liköre und all sowas herstellen. Das ist halt gut für die Verdauung, diese Wirkstoffe, die da drin sind. Man könnte jetzt auch, ja was ich hier eigentlich auch anbieten würde, jetzt zum Beispiel so einen Stängel nehmen und den schälen und als Gemüse zubereiten. Allerdings bringen wir das jetzt hier nicht übers Herz gerade, weil hier sind so viele Insekten drauf auf den Blüten, dass es halt schade ist, den jetzt hier gerade wegzunehmen an der Stelle. Das ist hier gerade sehr beliebt. Deswegen lassen wir das hier auf jeden Fall. Aber theoretisch wäre es jetzt möglich. Die Blätter sind jetzt um die Jahreszeit nicht mehr so. Das Ware, die erntet man eher so im April, um die Jahreszeit, wenn sie halt frisch sind. Jetzt sind sie schon so ein fest und geschmacklos. An dieser Stelle haben wir jetzt eine schöne Rarität gefunden, nämlich den samtigen Pfifferling. Den kann man auf jeden Fall unterscheiden vom echten Pfifferling oder gewöhnlichen Pfifferling, wie man ihn auch immer nennen mag. Wir nehmen jetzt hier auch einfach mal nur einen ganz bewusst. Denn dieser Pilz ist schon ziemlich gefährdet. Leider ist es so. Vor allen Dingen natürlich durch die Klassiker, die viele Pilze gefährden. Intensive Forstwirtschaft und massive Stickstoffeinträge in den Böden. Durch Landwirtschaft, Überdüngung, Eutrophierung aus der Luft. Die üblichen Sachen ist der leider sehr stark gefährdet und man findet ihn eigentlich fast meistens nur noch wirklich so wie hier auf 1000 Metern oder so. Wirklich ganz weit oben in den höher gelegeneren Wäldern. Was bei dem ganz typisch ist, ist zum einen die Farbe. Wenn man den jetzt mal so vergleicht mit dem gewöhnlichen Pfifferling, der ja mehr so ein Gelb hat, irgendwie so ein Gelb-Gold, hat der schon ein bisschen mehr einen Orangeton und ist eben auch so ein bisschen samtig sieht er teilweise aus auf der Hutoberfläche. Und der ist alles in allem einfach ein bisschen kleiner auch und zierlicher, nicht ganz so fest irgendwie. Der sieht sehr ähnlich aus tatsächlich auch wie der falsche Pfifferling in gewisser Weise. Noch viel ähnlicher als der echte mit dem falschen. Eine sehr schöne Art, die wir jetzt hier natürlich auch nicht sammeln werden. Wir lassen den jetzt hier auch hier weiter zum aussporen. War früher wahrscheinlich durchaus mal ein häufigerer Pilz, aber ist eben leider mittlerweile stark gefährdet. Aber sehr schön, den mal zu finden. Hier wächst er tatsächlich noch relativ häufig jetzt auch in dem Gebiet. Also hier fühlt er sich zum Glück noch wohl. Ja und hier gibt es jetzt noch mal echte Pfifferlinge. In dem Fall, die wachsen hier wunderbar. Sozusagen am Wegesrand könnte man jedenfalls so interpretieren. Und die wachsen hier in dem Fall so ein bisschen verdeckt von den Blaubeeren. Aber es sind jetzt hier auch keine super dichten Bestände. Also jetzt nicht, dass man die jetzt gar nicht sehen würde, sondern schon eher so an den Lücken dazwischen. Und da kann man jetzt hier so ein bisschen sammeln. Im Idealfall ohne hier runter zu stürzen. Aber dann lohnt sich das. Die passen natürlich auch hervorragend zu den Trompetenpfifferlingen schon dazu. Die fühlen sich wohl in ihrer eigenen Familie. Und da muss man sich vorsichtig bewegen natürlich auch, um die ganz Kleinen nicht breit zu treten, die noch da bleiben sollen. Und dann gibt es hier auch wieder wunderbare Pfifferlinge. Was hier gerade wächst, ist das Waldruhekraut. Das zeigt uns zum einen saure Böden an, was natürlich gut ist. Für viele Pilze, Pfifferlinge zum Beispiel, Trompetenpfifferlinge. Aber es zeigt uns auch an, dass jetzt konkret an dieser Stelle hier viel Stickstoff im Boden ist. Deswegen ist die Stelle jetzt hier wiederum nicht so gut für Pilze. Es ist eine Pflanze, die wie der Name schon sagt, früher vor allem gegen die Ruhe eingesetzt worden ist. Aber zum Beispiel auch gegen Durchfälle. Ansonsten nicht so viel. Keine so viel angewandte Heilpflanze. Wir haben so lansettliche Blätter, die so länglich sind. Erinnern so ein bisschen an Rosmarinblätter vielleicht. Und sonst haben wir hier so kleine Blütenkörbchen, die am Stängel entlang hier so sind. Teilweise geht es hier bis zur Hälfte vom Stängel. Manchmal so das obere Drittel oder so. Die sind recht weit verteilt an der Pflanze. Kann man jetzt sehen. Damit viel machen kann man nicht unbedingt. Aber es ist auf jeden Fall ganz gut die zu kennen, auch als Zeigerpflanze. Hier am Wegesrand konnten wir jetzt einen ganz besonders schönen Fund machen, nämlich eine Art Kornblumenröhrling. Die Kornblumenröhrlinge sind eigentlich mehrere Arten mittlerweile und Varitäten. Da ist ein ziemliches Durcheinander. Da blicken wir jetzt auch gerade hier nicht so richtig durch an Ort und Stelle. Auf jeden Fall ist es einer davon. Es ist ein Pilz, der normalerweise so richtig Kornblumenblau anläuft. Also einer der am stärksten bläuenden Pilze, die es hier überhaupt gibt. Hier haben wir jetzt allerdings eine Varietät, die das jetzt nicht unbedingt so sehr tut. Denn, wie wir sehen, wir haben jetzt hier so ein paar im Querschnitt. Hier haben wir es jetzt so, dass die sich eher so ein bisschen grünlich verfärbt haben. In dem Fall zu Beginn. Und das geht jetzt so langsam in so ein Blau über. Das ist bei dem so ein bisschen das Farbenspiel. Das geht so nach und nach. Es verändert sich das. Es ist natürlich auch ganz schick anzusehen, dass sich das so verändert. Ein ganz typisches Merkmal sehen wir auch außerhalb von dieser Blaufärbung, dass die Stiele von innen wie so gekammert sind. Es ist sowieso mit Watte und Kammern gefüllt. Es ist jetzt in dem Fall kein Insektenfraß, sondern ein ganz wichtiges typisches Merkmal. Von außen betrachtet ist der Pilz sehr hell gehalten. In so Ockertönen, sowas ganz helles. Der Hut ist so ein bisschen wie so filzig irgendwie. Alles in allem einfach ein sehr, sehr heller Pilz. Auch die Röhren gehen so fast schon ins Weiße rein. Also sehr hell. Ein schöner Fund. Auch ein sehr guter Speisepilz. Allerdings auch doch bisweilen recht selten. Wir werden jetzt hier auch an dem Standort nicht alle mitnehmen. Wir haben jetzt hier ein paar angeschnitten. Die nehmen wir mit. Vielleicht noch ein, zwei. Aber hier gibt es so ungefähr acht Fruchtkörper. Da bleibt auf jeden Fall dann auch was hier, damit die Bestände auch weiter sich verbreiten können. Das Leben hat uns mal wieder einen Stein in den Weg gelegt. Aber wir essen ihn einfach auf. Hier im feuchten Nadelwald gibt es jetzt mal wieder Sternstunden der deutschen Sprache. Denn hier haben wir den stängelumfassenden Knotenfuß. Eine Pflanze, die findet man vor allen Dingen erst in der Höhe. Also das ist für die eigentlich eine sehr wichtige Grundvoraussetzung. Hier in Deutschland auf jeden Fall. Da braucht man schon einige Höhenmeter und sauren Boden. Und so Nadelwald eben mit sehr feuchtem Boden. Also da muss einiges stimmen. Und dann kann man diese wunderbare Pflanze finden, die eben so ein bisschen stängelumfassende Blätter hat. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen namensgebend auch. Und ansonsten sind sie so nach vorne hin laufen sie spitz zu. Und hinten sind sie so stängelumfassend eben. Und dann haben wir jetzt eben um diese Jahreszeit hier so wunderbare rote Früchte dranhängen. Die hängen an so ganz dünnen länglichen Stielen. Die sehen natürlich sehr schön aus. Die ganze Sache sieht natürlich auch irgendwie giftig aus. Die Pflanze erinnert einen ja vielleicht so an Salomon-Siegel oder vielleicht auch an Maiglöckchen. Irgendwie hat die schon Ähnlichkeit mit all diesen Pflanzen. Aber in Regionen, wo diese Pflanze häufig ist, da wird sie zum Teil auch gegessen tatsächlich. Ist jetzt auch nicht so ganz ohne die ganze Angelegenheit. Denn sie kann zum Beispiel schon auch leicht abführend sein. Also man sollte die auf jeden Fall niemals in zu großen Mengen konsumieren. Ist jetzt nicht so die klassische Speisepflanze, die so super erforscht ist auch unbedingt, was da überhaupt alles drin steckt und so. Aber sie wurde traditionell eben auch verwendet. Die Früchte, teilweise auch junge Sprösslinge. Denn die Sache ist, die Pflanze schmeckt eigentlich ganz gut. So nach Gurke und Melone. Gerade jetzt auch diese Früchte. Und sind auch sehr süß und saftig. Wir haben jetzt jeweils mal so eine davon gegessen. Einfach so, weil es hier genug davon gibt. Aber mehr werden wir auch nicht davon essen. Denn die Pflanze ist jetzt zwar, wo wir jetzt hier gerade sind in der Region, noch relativ häufig und auch nicht bedroht oder irgendwas. Aber andererorts ist sie schon teilweise bedroht und auch sehr selten geworden. Also da muss man natürlich auch immer gut gucken, wo man gerade ist. Und wenn, dann vielleicht einfach nur mal kosten und dann hat sich das auch gegessen. Im wahrsten Sinne. Ja, also was ganz Feines, was man eben an solchen Standorten auch finden kann. Hier nochmal was Schönes aus der Welt der Raukköpfe. Nämlich der rotschuppige Raukkopf, auch bekannt als Cortinarius bolaris. Wir sehen es, der hat rote Schuppen auf dem Hut. Und auch der Stiel ist sehr farbenfroh unterwegs. Auch da haben wir Rottöne, aber auch Gelbtöne vom Anfassen nämlich. Denn das Fleisch, das gelbt so ein bisschen. Und damit ist es natürlich ein ganz besonders farbenfroher Pilz, aber auch ein ganz besonders giftiger Pilz. Nun haben wir hier am Waldrand eine schöne blühende Pflanze gefunden und da möchten wir von euch gerne mal wissen, was das für eine Pflanze sein könnte. Schreibt es uns mal in die Kommentare und im nächsten Video werden wir es dann auflösen. Was auch bald erblühen wird und den Lesern und Leserinnen reichlich Nektar liefern wird, ist unser Buch mittendrin im draußen. Denn das erscheint am 30. August und ihr könnt es jetzt schon vorbestellen und dann werdet ihr es sehr pünktlich auch schon haben. Dann gibt es jetzt noch eine Empfehlung, nämlich hier eine Playlist für den August. Alles, was man in diesem Monat so sammeln kann und finden kann. Und hier gibt es noch ein weiteres spannendes, tolles Video. Dann sage ich mal bis bald.